Der Blick geht weiter zu Karnilus auf Daniel Hürst. Und besser denn, er hat gerade einen Acht. Hallo. 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 Herr Lübers ist ja sehr bekannt. Vor allem in der Produkte. Einer der wenigen weltweite Kulärsteller von dieser Prozession. Das ist richtig. Habt ihr immer noch Weltmachtführer bei den Hürden? Ja, genau. Also Pern Lübers ist ja sehr breit aufgestellt von den Produkten her. Roll- und Triebfedern, klar gehört zu unserem Kerngeschäft für Automobil. Sicherheitsgurte. Genau. Und was ist denn, muss ich sagen, was ist denn, warum seid ihr da noch selbstmachtführer und hat es noch keiner probiert oder aufgenommen? Weil wir eine extrem lange Erfahrung damit haben und also hervorragende Prozesse für die Roll- und Triebfedernherstellung. Und qualitativ passt das einfach, da kommt keiner ran. Aber wir haben, ich habe ein anderes Beispiel, das war ein Kutzhörer. Ja. Wir haben uns und ich werde. Wir haben uns und wir haben uns im Hinblick auf, sondern wir haben uns. Um, der ist mein Kutzhörer. Wir haben uns auch www.kutca.de. Wir haben ihn schon immer schon.